Herzlich willkommen zur 51. Folge hier bei The Infected. Ich bin der Palzi. In der letzten Folge haben wir unseren kleinen Verteidigungswall hier vorne zurechtgezimmert. Aber Intention ist natürlich auch den Stacheldraht wieder vernünftig einzusetzen. Und darum möchte ich mich jetzt mit euch zusammen in dieser Folge kümmern. Dazu als erstes mal Fundamente. Ich werde die definitiv nicht bauen, die Fundamente, aber ich möchte mir hier doch irgendwo anzeigen, wo ich in etwa den Stacheldraht setzen möchte. So, das Ganze hier auf der Seite. Ne, das geht auch ohne die Seite, hoffe ich zumindest. Achso, hier kann ich jetzt wieder nicht. Kann ich in den Truck rein? Rein. Ja, wir können in den Truck rein. Ne, aber auch nicht wirklich. Das heißt, der Truck muss da weg. Fahren. Wenn, dann würde ich, wenn ich da tatsächlich Fundamente bauen wollen würde, dann in der Art hier. So, wir sind jetzt in Höhe des Tors. Das heißt, diese zwei wären dann fürs Tor. Dann können wir die aber auch gleich wegnehmen. Wenn ich hier wirklich einen äußeren Verteidigungswall noch wollen würde, dann hätte ich hier auch gerne nochmal ein Tor. Das heißt, das wäre dann so. Und das ist der erste hier. Das heißt, wir brauchen noch zwei weitere. Da oben kommt schon wieder... Ach komm, machen wir ihn gleich weg, bevor er uns jetzt stört. Beziehungsweise in dem Fall... Zwischen den Folgen hatte ich den Stahlsperr repariert. Äh, Fundament. So, und diesmal nach unten, denn du kannst definitiv hier hin. Dann löschen wir dich auch mal und bauen, wenn, dann hier auch gescheite Fundamente. So, und eins, zwei... Hier wäre dann so ein Eckdingen. Aber das wird nicht passieren. Aber vielleicht gönne ich mir noch so einen Innenhof. Aber ich möchte das jetzt erstmal nur haben, um zu wissen, haut das hier überhaupt hin? Mit eins, zwei, drei. Ja, das sind drei Wände, Palsi. Okay, und wenn du hier stehst und genau guckst, dann... Ja, haut das auch hin. Da müsste man dann die Dinger halt noch versetzen. In irgendeiner Art und Weise. Aber soll jetzt für den Anfang erstmal reichen hier. Du bist mir aber an sich auch zu hoch. Kann man dich nochmal wegnehmen? Dich vielleicht auch. Vielleicht gehen die schon wieder tiefer. Ne, nicht das Eckfundament. Das normale, bitte. Ne, du musst auf jeden Fall noch höher sein. Aber dich könnten wir schon wieder auf die Höhe bringen. Nicht schön, aber seltsam. Na, dann könnte man hier, falls man einen äußeren Weil noch haben möchte, hier nochmal ein Tor haben. Hier im Innenhof. Ich weiß nicht, ob ich mir diesen Maik gönnen möchte oder nicht. Aber wäre dann zumindest eine Option. Und wir wissen jetzt... Oh, müssen wir hier was reparieren eigentlich von denen? Wir sind alle noch in den 700ern, wo wir den Stacheldraht ansetzen müssen. Du bist relativ gut. Ne, so. Oder so sogar. Wie ist es denn richtig? Ich glaube, so ist parallel. Stacheldraht ist natürlich auch ziemlich breit. Das heißt, wenn wir anfangen mit dem Zeugs, sollten wir vielleicht hier erstmal setzen. Ist das... Parallel? Ne, ist es nicht. Wenn, dann also so. Und dann, dann, dann. Etwa hier. Hat aber den Nachteil... Ach, die kann man später immer nochmal versetzen. Ist erstmal okay für den Moment. So, jetzt müssen wir hier irgendwie parallel kommen. So. Oh, das hier hin? Ja. Nummer 3 dann hier. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Das wird uns massiv Ressourcen kosten. Aber... Scheint parallel zu sein, würde ich mal sagen. Rupi mal Daumen. So. Ja. So. Ja. 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 Und dann an der Seite erstmal einen noch. können. Ja. 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 Jetzt zu der Seite... So sollte es parallel sein. Hier muss es halt hinhauen, hier vorne jetzt. Das sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, ob ich die Ressourcen habe oder wie, um das auf der anderen Seite auch durchzuziehen. Warum hat denn der sich jetzt so gedreht, sag mal? Oder ist er? Ne, der ist immer noch parallel. Aber du musst weg hier. Dich muss ich auf jeden Fall mal ein bisschen versetzen. Ich stelle dich mal da hin. Wir brauchen wahrscheinlich auch wieder Steinchen drin. Wie sieht denn das aus? Einmal hatte ich ja nachgefüllt. Ich weiß gar nicht, ob ich das ohne euch gemacht hatte. H, Sand weg, Eisenbrocken raus. Hier haben wir noch einen Lehm. Müssen wir das vorne schon wieder anschmeißen? An sich haben wir noch genug. Mach ich noch nicht. Den Biofuel sparen wir uns. Wie sieht denn das aus? Es wird ja langsam dunkler. Ja, wir verlieren rapide an Strom. Ich schmeiß den Ölsauger erstmal aus. Das reicht dann für den Moment. Was hat er denn schon gemacht? Achte. Achte. Achte ist fein. Ähm. So, jetzt hatten wir den versetzt. Wollen natürlich, dass das hier richtig steht. Und dementsprechend brauchen wir noch einen auf der Seite. Achte. 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 So, und müssen dann natürlich auf der anderen Seite auch noch welche hinstellen. Die Ecke ist fertig. Wird aber auch schon massiv dunkel. Wie spät haben wir denn? 10 Uhr. Nee, das ist was für den morgigen Tag. Dann ziehen wir uns doch jetzt zurück in unser kleines Schloss. Mh. Wir können erstmal was essen. Was trinken können wir auch. Abkochen. So, dann ein bisschen Fisch. Mehr Fleisch. Ein wenig davon. Davon. Wahrscheinlich können wir oben auch schon wieder ernten. Und die Ölkännchen kommen hier rein. So, wie sieht's mit dem Vergammeln aus? Och, perfekt. Also Leute, das ist ja eine wahre Pracht hier. So. 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 Wie viel haben wir jetzt noch? So. Wie viel haben wir jetzt noch? wie viel zu geben? So. 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 Die zwei. So. Langsam ins Bettchen jetzt, um dann am morgigen Tag die nächsten Stacheldrahtzäune da aufzustellen. Du arbeitest nicht. Wir brauchen aber, glaube ich, eh Eisenbrocken für die Dinger. Eisenbarren haben wir genug erstmal. Jetzt drücken wir uns erstmal ein bisschen Fisch ein. Haben wir noch frisches Gemüse? Oh, mehr Biophilie. Zweimal Gurke und dann sieht doch das schon so aus. Oh, wahrscheinlich müssen wir uns um den Garten auch kümmern. Oh, passt schon gar nicht mehr. Okay, dann packe ich noch einen hier rein. Da gehört es ja an sich auch hin. Nochmal Biofuel. Nochmal Biofuel. Was trinken können wir aber noch. Das ist sauber. Feuer ist aber auch raus. Ist okay für mich. So, und das stört mich doch, diese Geisterdinger hier. Nehmen die doch wieder weg. Wir wissen ja jetzt, wie es aussehen könnte, falls man sich sowas gönnen möchte. Die, ne, dich kann ich auch schon wegnehmen. Und dich auch. So, da ist ein Stückchen. Und jetzt. Und jetzt. Stacheldraht. Scheint Parallel zu sein. Ja, so ist es auf jeden Fall nicht Parallel. So, na dann los. Einmal. Was braucht man denn da? Was braucht man denn da? Drei Bocken, drei Barren. Die haben sich immer noch nicht wieder eingeschaltet. Und das ist okay. Drei Bocken, drei Barren pro. Drei Bocken, drei Barren pro. So, wir haben jetzt für... Fünf. Das heißt, nehmen wir auch mal einen Eisenbarren mit. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber nachholen können wir immer noch. Das reicht bei Weitungen nicht eins, oder? Ja, gut. Einen, vielleicht ein oder zwei werden wir noch brauchen zusätzlich. Aber das ist ja auch okay. Ach, Eisenbocken hat mich sogar verzählt. Na ja, gut. Balzi, 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 balzi. Ja, einen sollten wir uns schon noch gönnen. Aber wir können schon mal anfangen, die Dinger jetzt hier wegzumachen. Da waren aber auch draußen auch noch Steinchen. Und die brauchen wir jetzt halt doch wieder ein bisschen zumindest. Und da brauchen wir auch einen Frosch. Allerdings ohne Maske. Wenn das der Edgar wüsste. Dass ich hier Frische ohne Maske übtolle. Das könnte reichen. Ich möchte zur Sicherheit aber noch einsetzen. Äh, wenn das nicht. Das heißt, wir brauchen noch drei Eisenbarren. Die Brocken haben wir ja noch genug am Mann. Du stehst hier aber auch irgendwie ein bisschen komisch da. Ne, warte mal erstmal. Ich möchte mir die Seite nochmal angucken. Bist du weit genug im Wasser drin? Ich denke ja. Aber einer mehr könnte auch nicht schaden. So. Also den. Machen wir nochmal drei hier. Und dann können wir den vorne auch noch versetzen. Und dann sind fast alle unsere Eisenbarren auch weg. So. Das heißt, die werden jetzt hier vorne reinkommen. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal so einen. In Anführungszeichen Trick nutzen möchte. Wie beim letzten Mal. Da hinten ist ein Bär. Palzi. Ein Bär, ein Bär, ein Bär, ein Bär. Kammelfleisch. Stöckchen, Stöckchen. Ne, Steinchen. Nicht Stöckchen. Holst du dir Palzi. So. Wo will der denn hin? Wohin ist der denn gerade verschwunden? Also ich sehe ihn nicht mehr. Aber hören tue ich ihn. Wahrscheinlich kommt er jetzt als Ed, wenn wir uns mit dem Wambi beschäftigen. Ist da gerade was gestorben? Ich hole mal den Wagen. Ich habe doch da irgendwie einen Bär schreien hören. Nur wo ist dann die Leiche? Und apropos Leiche? Du siehst mir nicht aus wie ein Bühnchen. Da hast du nochmal Glück gehabt. Wo ist die Leiche von den Bären hin? Stöckchen. Da. Naja. Das war ein einfacher Bär. Ein einziger Pfeil hat gereicht. Das ist doch prima. So. Aber. Hier ist natürlich alles belegt. Wir haben noch Eier. Wir haben noch Melone. Ich mache das Reh erstmal weg. Die zwei Bären ist schon besser, wenn die zusammen spielen. Ne. Nicht. Nicht das Reh fällen. Schlachten ist angesagt. So. Dann. 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 Achso. Haben wir überhaupt noch Kartoffeln? Ja. Haben wir. Zwiebeln? Ach. Zwiebeln haben wir keine mehr. Ah. Ah. Du störst hier. Geh mal da hin. Und Tür bitte zu. Zwiebeln. Zwiebeln. Ernten. können. Und dafür weniger Kartoffelbeete. Oder wir bauen einfach an beiden Seiten noch jeweils zwei Kästen an. können. Das wäre auch eine Möglichkeit beiziehen. So. Ähm. Da. Da müssen wir jetzt hin. Zwiebeln. Kartoffeln. Und das. Das Fleisch. Können wir ja schon mal ein bisschen was vorbereiten. Der Rest geht wie üblich in die Gammelkiste. Sollte auch ein Hotscheid reinwerfen dann. Drei Biofuel. Muss irgendjemand mitgebracht haben. Vier Eisenbocken. Ein Stückchen. Und dann haben wir hier noch Steinchen. Und dann müssen wir auch mal auffüllen. So. Aber jetzt erstmal Flotti, bevor uns hier noch mehr vergammelt. Wir müssen auf jeden Fall Hühnchen jagen, wenn sie uns über den Weg laufen. Pilze. Drei Stück. Und eine Melone hatten wir auch noch. Erstmal die Ration fertig machen. Das. 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 Und die drei Pilze. So. Das wäre dann eine Ration. Die frisch geernteten Zwiebeln können da rein. Hier haben wir was für die Gammelkiste. Daraus können wir auch nochmal Biotreibstoff machen. So. Und dann. Achso. Angefangen Garten. Und die Überlegung, ob man sich nicht an beiden Seiten noch was gönnt. Wofür, Palzi? Zwiebeln. Zwiebeln. Zwiebeln auf jeden Fall. Melonen auf gar keinen Fall. Gurke und Mais. Einer mehr auch noch. jeweils. Ganz gut. Warum eigentlich nicht? Weil es gerade so schön hinhaut hier. Das schließt gut ab. Man könnte überlegen, ob man irgendwie ein bisschen umstrukturiert. Eine Melone weniger vielleicht. Eine Kartoffel weniger. Und dann hätte man zwei Zwiebeln schon mehr. Auch die Kürbisse. Nutze ich die Kürbisse. Wir haben unten eine komplette Kiste voll. Kürbis vergammelt schnell. Aber braucht halt auch vier Slots in der Kiste. Kürbisse. 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 Das waren die. Hier können wir die Gurken auch auf jeden Fall ernten schon mal. Dann gehen wir erstmal flott runter. Zwei Zwiebeln mehr in Austausch für Kartoffel und Melone ist, denke ich, ein guter... Ne, sagt man das oben, nicht mehr in der Krimskramskiste. Das heißt, wir brauchen einen Kartoffelkeimling weniger. Dafür jetzt erstmal Zwiebel. Ist das wirklich... Wir wollen ja eigentlich auch... Ja, das ist schon... Also zwei Zwiebeln mehr finde ich auf jeden Fall einen guten Tausch. So, dann ernten wir jetzt erstmal den Mais. Gönnen uns aber auch ein Mais und ein Gurke mehr, denn die will ich auch auf jeden Fall einpflanzen. Fangen wir mal... Ne, nicht mit Kartoffel an. Mit Gurke. Eins, zwei, drei, vier. Ernten. Ernten. Dann kann da Mais rein schon mal. Davon kannst du einen essen. Mais kommt hierin. Das waren jetzt dreimal Mais. Und hier dann der letzte Mais noch. Drei Melonen kriegen wir noch weg. Das heißt, wir können jetzt mit den Kartoffeln anfangen. Vier Kartoffeln klingt so wenig, ne. Das ist halt gerade ausreichend, um hinten abzudecken. Eine Kartoffel mehr hätte ich doch gerne noch. Na, dann haben wir viermal Mais, viermal Gurke und mit viermal Kartoffeln werden das dann acht. Was habe ich denn jetzt im Inventar eigentlich? Erstmal die Wassermelone. Hier oben die Melone. So, und dann baue ich hier. Nicht zerstören, nicht zerstören, nicht zerstören. Kern, bitte. Nee, das war Blödsinn. Genau andersrum. Ich werde es ja in die Kiste reinhaben. So, zweimal Kürbis. Brauche ich zweimal Kürbis? Das ist die große Frage. Wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünfmal Kartoffeln. Viermal brauchen wir dafür. Die letzte Kartoffel würde für Rationen reichen. Also, Kürbis. Mehr als einen Kürbis baue ich auf jeden Fall nicht an. Wie viel haben wir denn noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun. Eine Melone weniger ist überhaupt kein Thema. Wassermelone reichen auch auf jeden Fall dreie. Dreie. So vielleicht? Ich glaube, ich probiere das mal aus. So. So, wie arrangieren wir das? Vorne sind Sechse, hinten Dreie. Dann gehen hinten die Wassermelonen einfach rein, weil es jetzt passt. Hier an die Ecke den Kürbis. Und der Rest mit Honig, Melone. Ernte auch eingefahren. Zweimal Kürbis haben wir noch im Inventar. Aber dann wäre das auf jeden Fall auch schon mal erledigt. Und ich stelle gerade fest, dass ich massiv überzogen habe schon. Jutti. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich hoffe auch, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, dann würde ich mich wie immer über ein Like und gegebenenfalls auch ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Palzi.